Hey, ich hoffe, ich kann dir heute wieder beim Entspannen helfen mit einer neuen, spannenden Geschichte aus dem wundervollen Harry Potter-Universum. Lass mich gerne durch ein Herz in den Kommentaren wissen, dass dir die Geschichte gefällt und schau, wenn du magst, bei meinen Social-Media-Kanälen vorbei. Den Kanal und mich kannst du über Paypal, Amazon oder durch deine Mitgliedschaft unterstützen. Hier hast du tolle Vorteile und noch mehr Geschichten. Ich danke dir riesig und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Ihr Lieben, ihr habt euch zwar für Verlieben für Anfänge entschieden und ich hoffe auch sehr, dass wir die Erlaubnis bekommen, das lesen zu dürfen. Ich habe angefragt, aber bis jetzt noch keine Antwort. Daher schiebe ich jetzt erstmal Off-Light dazwischen. Das ist das Spin-Off zu Zwischen uns 2 von der lieben Liv. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Es wird wahrscheinlich fünf Teile geben, je nachdem. Sicherheitshalber könnt ihr mir gerne längere Snamine-Geschichten schicken, wenn ihr welche habt, die ich mal anfragen kann, weil ich weiß ja, eure Tendenz geht gerne zu diesem Pairing. Und ihr habt euch das gewünscht in der Abstimmung, falls wir die Erlaubnis nicht bekommen für Verlieben für Anfänge. Ja, genau, deswegen lasst es mich gerne in den Kommentaren oder per Mail wissen, dann frage ich die anderen Geschichten an. Bin aber natürlich auch selber noch am Suchen. Der Abend über Hogsmeade war still und friedlich. Leise rieselte der Schnee in dicken Flocken vom bereits nachtschwarzen Himmel herab und legte sich sanft zu einer dichten Decke aus Kälte zusammen. Es war eine Nacht der totalen Mondfinsternis und lediglich die Lichter in den verschlafenen Häusern spendeten einen warmen Schein. Im Dorf waren noch einige Bewohner auf den Straßen unterwegs. Der Dorfkern war herrlich, mit einem gewaltigen Weihnachtsbaum geschmückt und einige Feuertonnen luden zum Verbleib und Gesprächen ein. Auch die Gasthäuser waren gut besucht und doch war das alles so fern von dem kleinen Häuschen am Rande des Gebirges und weit am Ende des Dorfes. Minerva McGonagall summte leise und entspannte eine Melodie vor sich hin, während sie dabei war, einen dampfenden Weihnachtskuchen aus dem Ofen zu holen. Sofort verbreitete sich der winterlich würzige Duft süß und herb im ganzen Wohnraum und Minerva stellte ihn zufrieden auf die Anrechte zum Abkühlen. Dieses Jahr war er ihr wirklich sehr gut gelungen und sie war schon sehr stolz auf sich. Ihre Talente lagen in der Magie, im Unterrichten, bei allem, was mit Zauberei zu tun hatte, doch nicht in der Küche. Sie hatte über die Jahre hinweg jedoch genügend Nachhilfe bei ihrer besten Freundin Aileen bekommen, um auch ihrer kleinen Familie immerzu und außerhalb von Hogwarts etwas Genüssliches auftischen zu können und mittlerweile machte es ihr auch tatsächlich Freude. Sanft lächelnd blickte sie über ihre Schulter zurück ins Wohnzimmer, wo Albus gemeinsam mit Aaron einen Weihnachtsbaum dekorierte, natürlich in Rot und Gold. Forks saß dabei auf der Lehne eines Sessels und hatte das Ganze sehr interessiert im Blick. Hin und wieder drehte er seinen Kopf, als müsste er überlegen, ob die Kugeln dort an den Zweigen wirklich gut aussahen, während Albus seinen Sohn irgendwann auf die Arme heben musste, da er noch nicht selbstständig die Spitze des Baumes erreichen konnte, die selbst Albus überragte. Aufgeregt plapperte Aaron dabei von nichts anderem als dem nahestehenden Weihnachtsfest und wie sehr er sich auf Aileen und Lily, aber auch seine Granny freute. Doch es fehlte jemand. Minervas Lächeln schwand ein wenig und sie schluckte ihre aufkommende Trauer hart zurück. Zwei ganze Jahre waren vergangen, zwei Jahre nach dem Grindelwald gefallen war. Und es war erneut ein Weihnachten ohne sie. Ah ja. Und es verging kein Tag, an dem sie ihr kleines Mädchen nicht vermisste. Gerade während solch besinnlicher Zeiten wie Weihnachten, das Fest der Liebe und der Familie, dort wurde sie nur umso gnadenloser an die Lehre erinnert, die sie hinterlassen hatte und die sich niemals schließen würde. Ihre Seele flog frei als Phönix und dieser Gedanke tröstete sie ein wenig, doch er konnte den Schmerz einfach nicht versiegen lassen. Sie hatte es nicht verdient, so jung zu sterben. Gestorben und aufgeopfert für etwas, das nicht ihr verschulden gewesen war. Mom, sieh nur, wir sind fertig! Minervas Blick klärte sich etwas überrascht und sie blickte auf. Aaron stand voller Stolz vor dem fertigen Baum, der im Kaminlicht wunderschön und in voller Pracht funkelte. Die blauen Kinderaugen strahlten in aufgeregter Vorfreude und Minerva lächelte gerührt, doch sie musste die Tränen heftig unterdrücken. Sie zog ihre Ofenhandschuhe aus und trat näher heran, um den Baum in all seinem Glanz zu bewundern und er war ungelogen wirklich mit Abstand der Schönste, den sie bisher hatten. Der ist wunderbar geworden, Aaron, lächelte sie sanft. Aber nun ist es wirklich spät, mein Liebling. Geh doch bitte hoch und mach dich fertig fürs Bett in Ordnung. Schon, fragte er bettelnd und blickte nun zu seinem Vater auf, der jedoch ebenfalls nur lächelte und seinen Sohn etwas anschob. Wir sind schon weit über deiner Bettzeit, junger Mann. Ab nach oben, schmunzete er liebevoll. Wir kommen sofort nach. Na schön, aber du liest mir trotzdem noch etwas vor, fragte Aaron hoffnungsvoll und Albus lachte sanft und zwinkerte Minerva versöhnlich zu, die bereits Luft holte, um zu protestieren. Es war wirklich schon sehr spät. Ich denke, das lässt sich einrichten. Klasse, Dad, grinste Aaron aufgeregt und stürmte die Treppe nach oben, um sich wie versprochen bettfertig zu machen. Minerva schoss Albus einen strengen Blick zu. Albus, er ist bereits seit fünf in der Früh wach und nun ist es schon weit nach neun, machte sie ihn unnötigerweise darauf aufmerksam und bekam dennoch nur ein sanftes Lächeln geschenkt. Es ist doch bald Weihnachten, Minerva, und wir haben keinerlei Verpflichtungen, beschwichtigte er sie, trat nahe zu ihr und strich sanft durch ihr schwarzes Haar. Ihre verschränkten Arme lockerten sich etwas und ihre strenge Haltung begann zu bröckeln. Sein Blick auf sie war so intensiv, dass sie immer noch, nach all den Jahren, leicht errötete und sich sofort durchschaut fühlte. Er legte seine Hand warm an ihre Wange und sie fühlte sich so gleich ruhiger. Albus hatte ja recht. Es war Weihnachten. Geht es dir denn aber gut? fragte er sehr leise und sie wich schwermütig lächelnd seinen Blick aus, legte jedoch ihre Hand über seine. Das hast du gesehen? Es ist immer wieder faszinierend, wie genau du meine Gefühle erkennst, Albus, sagte sie matt und blickte wieder zu ihm auf. Ich, es geht schon. Ich musste nur wieder an sie denken. Gerade jetzt fühlt sich diese Leere noch größer an, die sie hinterlassen hat. Aber es, es geht mir gut, mach dir keine Sorgen. Und immer wenn du das sagst, mache ich mir erst recht Sorgen, lächelte Albus schwer und zog sie in seine Arme hinein. Minerva schmiegte sich an seine Brust und genoss diese Wärme und Geborgenheit, die sie jedes Mal bei ihm verspürte. In diesen Jahren waren sie noch mehr an diesem Verlust gewachsen. Ohne Albus hätte sich Minerva in ihrem Leid und ihrer Trauer verloren. Er hatte all ihre Tränen aufgefangen, mit ihr geweint und sie dennoch immer wieder auf die Beine gestellt. Ohne ihn hätte sie nicht mehr die Kraft gehabt zu kämpfen. Und sie war Albus so dankbar für alles. Es hatte auch lang gedauert, bis sie sich wieder berühren konnten. Es war nicht wichtig gewesen in dieser Zeit und auch jetzt hatte sie noch Probleme damit. Doch auch hier begegnete er ihr mit seinem grenzenlosen Verständnis und seiner unendlichen Geduld. Er liebte sie deswegen nicht weniger. Ich liebe dich, flüsterte sie an seiner Brust und hob ihren Blick. Seine blauen Augen funkelten voller Liebe und er beugte sich vorsichtig zu ihr hinab. Doch sie ließ seinen Kuss zu und ertränkte ihre gefrorene Seele mit so viel Wärme und Liebe. Wie schaffte es dieser Mann auch nach so vielen Jahren sie so zu berühren, als würde sie zum ersten Mal dieses Kribbeln und Brennen spüren. Albus' dunkle Stimme summte angenehm durch das Wohnzimmer, begleitet vom leisen Knistern des Kamins. Minerva lehnte entspannt an seiner Seite und hörte ihm zu, wie er die Geschichte für Aaron vorlas, der in ihrer Mitte bereits tief und fest unter der kuscheligen Decke eingeschlafen war. Minerva machte Albus stumm lächelnd darauf aufmerksam und dieser legte das Buch schmunzend beiseite. Es war bereits so spät, dass das Klopfen an der Tür sehr überraschend kam. Doch Aaron wurde dadurch zum Glück nicht geweckt. Minerva und Albus blickten verwundert auf. Erwartest du noch Besuch? fragte Albus leise und Minerva schüttelte den Kopf und stand auf. Sie spürte ihren Zauberstab genau griffbereit und obgleich es Zeiten des einkehrenden Friedens waren, so hatte sie mit den Jahren gelernt, dass sie nicht vorsichtig genug sein konnte. Mit festen Schritten ging sie zur Tür und öffnete sie einen Spalt breit und konnte nicht glauben, wer da im Schneegestüber vor ihr stand. Du? Aus einem Impuls heraus wollte Minerva die Tür glatt zuschlagen, doch sie atmete tief durch und starrte der Frau entgegen, die sie über so viele Jahre hinweg nicht mehr gesehen hatte. Sie war erschrocken, wie sehr sie gealtert war in dieser Zeit und ihre einst schwarzen Haare sehr ergraut waren, während ihr einst hübsches Gesicht gezeichnet war von Schuld und Trauer. Doch Minerva verspürte kein Mitleid und in ihrem Inneren kochte es. Was willst du hier, Mutter? fragte sie kühl, machte jedoch keine Anstalten, sie in ihr Haus zu lassen. Zehn Jahre hatte es sie nicht interessiert, was aus ihrer Tochter geworden war, und nun tauchte sie einfach auf. Bitte, Minerva, plüsterte sie schwach. Können wir bitte reden? Hart musste Minerva ihren Zorn hinunterschlucken. Die ehrliche Antwort war Nein. Dennoch trat sie wieder willig einen Schritt zurück und wies sie ins Haus. Ihre Mutter trat eilig ein, denn draußen herrschte eine furchtbare Kälte und sie sah sich interessiert um, bis ihr Blick auf Albus hängen blieb, der den schlafenden Aaron in seinen Armen trug. Auch Albus wirkte überrascht vom ausgerechnet ihren Besuch, doch der Blick aus seinen blauen Augen war weniger willkommen heißend. Er suchte Minervas Augen, doch sie nickte nur knapp. Bring Aaron bitte hinauf ins Bett, bevor er aufwacht, Albus. Und du, fügte sie hart an ihrer Mutter hinzu und wies nicht vor den wärmenden Kamin, sondern auf den Küchentisch. Mach es dir nicht zu sehr bequem. Sie ließ ihre Mutter auf einem Stuhlplatz nehmen und setzte sich auf den, der am weitesten von ihr entfernt war. Sie bot ihr nichts an. Keinen Tee, nichts. Sie sollte die Worte aufbringen, die sie auf ihrem Herzen hatte, und gehen. Ihre Mutter verschlang unangenehm berührt ihre Finger aneinander und schien über ihre nächsten Worte sehr genau nachzudenken. Ich wusste nicht, dass... dass Dumbledore... Du wüsstest es, hättest du auch nur einmal versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen, ließ Minerva ihre Mutter den Satz nicht beenden. Natürlich wusste sie von gar nichts Bescheid. Ihre Großmutter hatte den Teufel getan, um ihrer eigenen Tochter irgendeine Information über Minerva zu überbringen, und sie hatten ihre Beziehung nie so offen herausgetragen, dass es die ganze Welt wusste. Und es ging auch niemanden etwas an, besonders nicht sie. Minerva konnte ihr einfach nicht freundlich begegnen. Sie hatte ihre Chance, und sie hatte nichts getan. Ihre Mutter sah sie vergrämt an, doch Minerva erwiderte den Blick nur eisig. Was willst du reden, Mutter? Es gibt nichts zu reden. Du kommst nach zehn Jahren vor meine Tür gekrochen und erwartest, dass ich dich mit offenen Armen empfange? Wo warst du, als ich schwanger war? Wo warst du, als ich dich am meisten gebraucht habe? Wo warst du bei der Geburt deines Enkels? Du warst es nicht, die mir geholfen hat, mich um Aaron zu kümmern. Es waren andere Menschen, die mir ihr Herz geöffnet haben. Du hast immer weggesehen. Du hast zugelassen, wie Vater mich behandelte, wie er mich verstieß. Und jetzt denkst du, es wird alles wieder gut? Warum bist du gekommen? Warum jetzt? Ich fing sie zögerlich an und ihre Augen huschten nervös umher. Ich hörte von… von deinem Verlust und… Mit einem lauten Geräusch hatte Minerva ihre Hände auf die Tischplatte geschlagen und erhob sich. Ihr Herz raste, ihre Wangen waren zornesrot und ihr Blut kochte regelrecht in ihren Adern. Wag es nicht, herrschte sie sie an und ihre grünen Augen glommen in Tränen. Ich brauche dein Mitleid nicht. Und jetzt sammel deine Worte und sprich aus, warum du wirklich hier bist. Ich glaub dir kein Wort, dass du hier bist, um mein Leid zu betrauern. Die Wahrheit. Sofort. Oder du kannst gleich aufstehen und gehen. Ihre Mutter wurde so bleich wie der Schnee draußen vor den Fenstern. Minerva konnte gut verstehen, dass sie erschrocken war, was aus ihr über die Jahre geworden war. Damals hatte Minerva es nicht gewagt, auch nur ein Wort gegen ihre Eltern zu erheben, doch diese Zeiten lagen lange zurück und sie würde sich nicht von diesem Mitleidsgeheuchel blenden lassen. Zwar hatte ihre Mutter ihr nie etwas angetan, doch sie hatte auch nie gehandelt und weggesehen, wen Minerva sie brauchte. Dein Vater ist gestorben, flüsterte ihre Mutter. Und diese Information kam tatsächlich so überraschend, dass Minerva verwundert stutzte. Nicht ein Funken Mitleid regte sich in ihr, sie hatte ihn gefürchtet und er hatte sie ohnehin nie geliebt. Und er hat mir zwei Söhne und deinen Bergern Schulden hinterlassen. Deine Brüder besitzen kein magisches Blut, Minerva, und ich weiß einfach nicht was. Verschwinde, flüsterte Minerva und presste ihre Zähne hart aufeinander. Sie wollte kein einziges Wort mehr hören. Du hast dich für dieses Leben entschieden. Du hattest immer eine Wahl. Du bist schuld, wenn du dein Leben jetzt nicht mehr in den Griff bekommst. Du hast das getan. Also löse deine Probleme selbst. Tränen rannen aus Minervas Augen, und sie starrte ihrer Mutter hasserfüllt an. Wie konnte sie es wagen, unter dem Deckmantel des Mitleids zu ihr zu kommen, um sie tatsächlich um Hilfe anzuflehen, für ein Leben, was sie zugelassen hatte, dass es ihr Vater zerstörte. Sie hatte damals keinen Finger gerührt, um ihr zu helfen, und sie willentlich und wissentlich vor die Tür gesetzt. Minerva musste sich so vieles selbst erkämpfen, auch wenn sie Hilfe von anderen bekommen hatte. Doch sie hatte sich entschieden zu kämpfen. Doch sie würde es nicht für eine Familie tun, die nicht mehr länger ihre war. Und nun raus! Und wenn ich dich noch ein einziges Mal sehe, dann gnade dir, Merlin! Du bist nicht mehr länger ein Teil von meinem Leben, also verschwinde endgültig daraus! Raus! 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 Minerva schritt zur Tür und riss sie auf, deutete mit ihrem Finger nach draußen und musste sich arg beherrschen, sie nicht regelrecht aus ihrem Leben zu fluchen. Ohne ein weiteres Wort schritt ihre Mutter an ihr vorbei und drehte sich noch einmal zu ihr um. Es tut mir so leid, Minerva, flüsterte sie. Doch Minerva knallte ihr die Tür vor der Nase zu und stützte sich schwer atmend mit den Händen gegen das Holz. Tränen rannen ihr ohne Halt aus den Augen und sie meinte, keine Luft mehr zu bekommen. Warme Hände griffen ihre Schultern und sie sah seitlich zu Albus auf. Sie hatte ihn gar nicht bemerkt und wusste auch nicht, wie viel und was er von dem Gespräch mitbekommen hatte. Doch so, wie er sie ansah, vermutlich alles. Atme, Minerva, flüsterte er und zog sie an sich, verschränkte seine Arme vor ihrer Brust. Ganz ruhig. War ich zu hart? fragte sie bebend und mit einem Anflug eines schlechten Gewissens. Doch Albus schüttelte nur leicht den Kopf und legte sein Kinn auf ihre Schulter. Du wusstest, was in diesem Moment richtig ist, Minerva, sagte er sanft, aber auch vorsichtig. Vergebung in dieser Art zu suchen, ist nur ein weiterer Schnitt in dein Herz. Sie hatte zehn Jahre und das sollte nicht deine Bürde sein. Nicht jeder Mensch kann so stark sein, doch jeder hat die Möglichkeit, sich für das Richtige zu entscheiden. Minerva schloss erschöpft ihre Augen. Dann löste sie sich leicht von Albus und blickte zu ihm auf. Ich danke dir, Albus, aber bitte verzeih mir, ich muss nun kurz allein sein und nachdenken, murmelte sie und griff sich ihren Wintermantel. Besorgt sah er ihr nach, wie sie durch die Tür verschwand und in die winterliche Nacht hinaustrat. Für einen kurzen Moment blieb er dort, wo sie ihn verlassen hatte und setzte sich dann seufzend vor den Kamin. Warum nur konnte Minerva nicht ein einziges Mal durchatmen? Warum war es ihr einfach nicht vergönnt, zur Ruhe zu kommen? Und er machte ihr noch nicht einmal einen Vorwurf, dass sie gerade Zeit für sich benötigte, um ihre Gedanken zu sortieren. Doch während er wartete, flossen die Stunden dahin und irgendwann konnte er nicht mehr ruhig sitzen bleiben. Er ging zur Tür, schnappte sich seinen Umhang und wandte sich an Fawkes, der einen sanften Schrei ausstieß. Achte auf Aaron Fawkes, ich muss zu ihr, sagte er leise und verschwand ebenfalls in der Dunkelheit im Schneegestöber. Albus musste Minerva gar nicht lang suchen. Seine Füße trugen ihn wie von allein durch die Nacht und hinaus aus dem Dorf. Hogwarts war immer noch sanft beleuchtet von einigen Fackeln, und obgleich es ein logischer Schluss wäre, sie im Schulleiterturm zu suchen, so schlug er doch einen anderen Weg ein. Einen, den er schon einige Jahre nicht mehr genommen hatte, und die verlassenen Korridore waren wie eine alte Erinnerung, als er die einsame Tür am Ende eines Ganges erkannte. Sein altes Büro. So lange hatte er hier seine Zeit verbracht, seit er in Hogwarts begonnen hatte zu lehren. Hier hatte er so viel Zeit mit Minerva verbracht, sie begonnen richtig kennenzulernen und lieben zu lernen. Dieser Ort war etwas Besonderes, und als er auch nur seine Finger nach dem Knauf ausstreckte, klickte dieser bereits sanft und gewährte ihm anstandslos Eintritt. Albus kam es vor wie eine nostalgische Zeitreise. Nichts hatte sich hier verändert. Und es wunderte ihn ein wenig. Minerva hatte dieses Büro von ihm übernommen, nutzte es allerdings nur zum Arbeiten, weswegen er keinen Anlass gehabt hatte, es jemals wieder zu betreten. Daher war er umso erstaunter, dass sich nicht ein kleines Detail hier verändert hatte. Es war genauso, wie er es verlassen hatte, bis auf die Tatsache, dass seine ganz privaten Gegenstände fehlten. Das Büro war dunkel, und der Kamin beinahe zu Glut heruntergebrannt. Minerva saß auf der Couch davor und hatte ihren Kopf gesenkt. Es war nicht zu übersehen, dass sie geweint hatte. Vorsichtig trat er zu ihr und setzte sich schweigend neben sie. Einen Moment lang herrschte eine alles umfassende Stille, und er blickte zu ihr hinunter und sah sie wehmütig lächeln. Ich komme meistens hierher, wenn meine Gedanken und Gefühle mich zu erdrücken drohen, fing sie leise an zu sprechen. Diesen Ort verbinde ich mit meinen schönsten Erinnerungen und mit dem Gefühl, dass mich hier nichts Böses erreichen kann. Auch wenn du diesen Ort nicht mehr betreten hast, so fühle ich immer noch deine Sicherheit hier. Sie seufzte schwer und richtete sich etwas auf. Ich wollte dich sicher nicht von mir halten, Albers, murmelte sie entschuldigend. Es ist in Ordnung, wenn du deine Zeit brauchst, um deine Gefühle zu sortieren, Minerva, meinte er kopfschüttelnd. Das ist nichts, wofür du dich entschuldigen musst. Ich fühle mich nur so, so zerrissen, sagte sie ratlos. Zu erfahren, dass Vater tot ist, ich Geschwister habe, dass es ihnen nicht gut geht, das tut weh. Doch zeitgleich will ich ihr nicht helfen. Ich kann ihr nicht vergeben. Es ist nicht länger dein Leben, Minerva. Du kannst nicht für die Fehler anderer gerade stehen, und sie kann nicht verlangen, dass du ihr die Hand reichst, nachdem sie die ihre verwehrt hat. Das bedeutet nicht, dass du herzlos oder egoistisch bist, Minerva. Aber hin und wieder ist es wichtig, seinen eigenen Seelenfrieden zu bewahren. Warum dann fühlt es sich dennoch so, so schlecht an, fragte Minerva bitte. Weil du nicht herzlos bist, gab er sanft zurück. Und du genau weißt, dass deine Mutter niemals so ein starker Mensch sein wird, oder gar war wie du. Ich weiß, dass tief in dir der Wille da ist, ihr zu helfen. Aber Minerva, es ist dennoch nicht die richtige Art gewesen, wie sie dir begegnet ist. Sie wollte deine Hilfe, nicht dich. Es tut mir leid, dir das so zu sagen, ich will dich nur davor bewahren. Minerva blickte zu ihm auf, und ihre grünen Augen waren so wunderschön in dieser mondlosen Nacht. Sein Herz zog sich zusammen, als er immer noch die Spuren der Tränen auf ihren Wangen sah, und er es einfach nicht verhindern konnte. Sie sollte nicht mehr weinen müssen. Sie war so strahlend hell in seinen dunkelsten Stunden, und er hatte das Gefühl, dass er ihr dies einfach nicht zurückgeben konnte. Sie stand in der Blüte ihres Lebens, und er … Albus, holte Minervas Stimme ihn aus seinen tiefen Gedanken, und er sah auf. Du starrst schon wieder, worüber denkst du nach? Oh, tut mir leid, flüsterte er matt lächelnd, und für einen Moment überlegte er, ob er es ihr einfach verschweigen sollte. Doch er hatte über die Jahre gelernt, dass es ungesund war, sie von seinen Gedanken fernzuhalten. Ich … Hmm … Frage mich nur, ob ich … Dir noch das geben kann, was du wahrlich brauchst. Bitte versteh das nicht falsch, Minerva. Ich liebe dich so sehr, ich könnte ohne dich nicht mehr atmen. Doch diese ganzen Jahre waren so kraftraubend und schwer, gerade für dich. Und ich fühle diese Distanz. Ich weiß einfach nicht, ob … Ich nicht zu alt für dich. Hör auf, flüsterte Minerva entsetzt, und er sah ihr müde in die Augen. Er fühlte das wirklich. Bitter schüttelte Minerva den Kopf. Albus, ich bitte dich, denk nicht einmal daran, dass du in irgendeiner Hinsicht zu alt für mich sein könntest. Ich habe es dir damals bereits gesagt, und ich sage es dir heute noch einmal. Ich möchte an deiner Seite stehen, und niemand kann mir das geben, was du mir jeden Tag schenkst. Dich, deine Liebe, dein Verständnis, dein offenes Ohr für jedes noch so kleine, belanglose Problem. Dein verdammt großes Herz, welches mich niemals losgelassen hat. Deine Nähe, die immer um mich herum ist, selbst wenn ich gerade Luft zum Atmen brauche. Aber auch ich kann ohne dich nicht atmen, Albus. Nicht den Weg vor mir sehen ohne dich, denn du bist mein Licht, meine Kraft. Es tut mir so leid, dass ich dir das so lange nicht zeigen konnte, obwohl ich es jeden Tag fühle. Ich liebe nur dich, Albus. Du bist der Mann, den ich will. Du bist alles, was ich brauche. Und wenn du über hundert Jahre alt wärst, deine Anzüge irgendwann über Bord werfen, in seltsamen Roben herumlaufen und die Haar- und Bartmeter lang wachsen lassen würdest, ich würde dich dennoch lieben und bei dir sein, denn du, Albus, du bist mein Leben. Ihre Tränen glitzerten in der Glut und langsam beugte er sich zu ihr hinunter und wischte sie sanft von ihren Wangen fort. Zart legte er seine Finger unter ihr Kinn und hob es sanft an. Minerva wurde so schmeichlerisch rot auf ihren Wangen und er konnte nicht anders. Er liebte sie so sehr für diese liebenswerte Eigenheit. Doch mehr noch für diese Worte, die er wirklich gebraucht hatte. Sie wollte ihn, ganz gleich, ob zwischen ihnen 38 Jahre lagen. Es war ihr gleich, denn sie wollte keinen jüngeren Mann, nur ihn. Er beugte sich zu ihr hinab und spülte ihr aufgeregtes Zittern. Ihre Lippen schmeckten so süß, dass er sich kaum von ihr lösen konnte. All ihre Worte hatten ein altes Feuer in ihm entfacht und er wollte es auch nicht zurückhalten. Es sollte brennen und als er zu ihr hinab sah, kam dieser Wille auch über seine Lippen. Ich will dich, hauchte er atemlos. Ich will dich so sehr, Minerva, und du gehörst nur mir. Es tut mir so leid, dass ich dich so von mir gehalten habe, Albus, murmelte Minerva in die Dunkelheit hinein. Sie lag mit Albus gemeinsam in seinem alten Bett und sie hatte ihn warm in ihrem Rücken, während er ihr immer wieder Küsse auf ihre Schultern und in ihren Nacken hauchte. Er hielt sie sicher und warm und sie genoss seine Nähe so sehr. Sie hatte das so vermisst und hatte erst jetzt gemerkt, wie sehr ihr seine Liebe gefehlt hatte. Lass es ruhen, Minerva, flüsterte er glücklich an ihrem Ohr und schmiegte sich an sie. Ich liebe dich so sehr. Dennoch, ich bin dir so dankbar für deine Worte und dass du das hier hast geschehen lassen. Lächelnd drehte sich Minerva auf ihren Rücken und küsste sanft seine Lippen, während sie warm an seiner Brust lehnte. Nun, ich kann nicht behaupten, dass du in dieser Hinsicht zu alt bist, neckte sie ihn liebevoll und ein verwegenes Lächeln schlich sich in sein Gesicht. Zudem sich das hier etwas wie früher anfühlt. Als du dir vorgestellt und gewünscht hast, dass ich dich schon als Schülerin hier hinein entführe, fragte er und lachte amüsiert auf, als sie ihm einen finsteren Blick zuschoss und ihre Wangen zu brennen begannen. Bei Merlin, dieser Mann! Als ob du nicht daran gedacht hättest, grummelte sie und er küsste entschuldigend ihre Stirn. Aber der werte Professor war bis zuletzt nobel und edel. Ehrlich gesagt, kreuzte mich dieser Gedanke ein einziges Mal. Für einen schwachen Moment, gestand er, und nun hob sie überrascht ihren Kopf von seiner Brust und er lachte sanft und sogar recht schuldbewusst. Erinnerst du dich an den Tag, an dem dein Vater dich in Hogwarts aufsuchte, um dich in eine Ehe zu zwingen? Oh, erinnere mich nicht daran. An diesem Tag waren die Lyriden Schauer, und du bist in meinen Armen eingeschlafen. Das war ein solch inniger Moment, in dem ich auch die persönlichen Grenzen weitstrapaziert habe. Für einen schwachen Moment wollte ich, dass du bei mir schläfst, mit mir aufwachst, erinnerte er sich schwer lächelnd an diese Nacht. Aber im Nachhinein war ich dankbar, dass dort meine Vernunft gesiegt hatte. Du bist damals so jung gewesen und immer noch. Vorreist du es? fragte Minerva leise. Sie klang nicht besorgt, schon gar nicht nach dieser innigen Nacht, doch sie schien es ehrlich zu interessieren. Zu Anfang unserer Beziehung? Ja, meinte er matt. Nicht, weil ich dich nicht geliebt hätte. Aber du warst so verdammt jung. Ich hab einfach nicht mehr nachgedacht. Und auch wenn ich Aaron liebe, ich hätte es dir niemals so früh aufbürden wollen, eine Mutter zu sein. Zumal ich zu Anbeginn ohnehin nicht daran geglaubt hatte, dass je die Möglichkeit bestand, Vater zu werden. Nun richtete er sich ein wenig auf und legte ihr seine Hand auf ihren Bauch. In einer eher unbewussten Bewegung hinderte sie ihn daran, den Zauber auszusprechen, der all das verhinderte. Und verwundert blickte er zu ihr hinunter, doch sie wich seinen Blick leicht aus. Minerva, bitte sprich hier nicht aus, sagte sie leise. Ich möchte es geschehen lassen, wenn du es auch wünschst. Für einen kurzen Moment war er sichtlich sprachlos und nahm seine Hand von ihrem Bauch, nur um sie kurze Zeit später wieder darüber zu legen. Sein sorgenvoller Blick rührte sie ehrlich, doch gerade wollte sie es nicht verhindern. Minerva, bist du dir sicher? Ich meine, du musst nicht, versuchte er, ihren Gefühlen auf den Grund zu gehen. Es sind erst zwei Jahre vergangen. Ich würde es verstehen, wenn du noch lange nicht bereit bist für… Ich weiß, lächelte sie nervös. Und ich hab auch ehrlich etwas Angst davor, aber ich will es. Es fühlt sich richtig an. Minerva konnte es in diesem Moment nicht richtig erklären. Sie wollte Arya sicher nicht ersetzen, denn das würde einfach nicht möglich sein. Sie wollte auch nicht die Leere füllen, denn sie würde sie und Albus immer verfolgen. Doch sie fühlte es tief in sich drin, dass sie es nicht verhindern wollte, sollte sich sein Blut erneut mit ihrem verschmelzen. Und so Merlin wollte, sollte es geschehen oder auch nicht. Würdest du es denn wollen, Albus? fragte sie unsicher. Es würde mich glücklich machen, doch. Ich würde nicht wollen, dass du es nur für mich tust, sagte er liebevoll, aber auch ernst, und sie lächelte sanft. Und genau deswegen liebe ich dich so sehr, Albus, flüsterte sie und küsste ihn innig. Danke. Es war so wunderschön, in seinen Armen zu liegen, und am liebsten wäre sie an Ort und Stelle eingeschlafen. Doch sie wusste, dass es gerade nicht möglich war. Sie mussten zurück, und sie seufzte schwer, wenn sie daran dachte, aus dieser Wärme in diese bittere Kälte hinaus zu treten. Und Albus schien sie wieder einmal wortlos zu verstehen, denn sein Griff um sie herum wurde ungewohnt fest, und unter seiner Haut erwachte die alte Magie mit einem warmen Glühen. Minerva fühlte sich, als würde sie fallen, und sie klammerte sich instinktiv fester an Albus. Alles drehte sich, und im nächsten Augenaufschlag waren sie nicht mehr in Hogwarts, sondern lagen in ihrem gemeinsamen Bett in ihrem kleinen Haus in Hogsmeade. Das Laken und die Decke über ihnen waren noch unangenehm kühl, und sie fröstelte sogleich, doch Albus hielt sie warm bei sich, auch wenn er etwas erschöpft atmete. Alles in Ordnung? fragte sie besorgt. Du hättest deine Kraft nicht nutzen müssen. Mir geht es gut, keine Sorge, lächelte er, atmete tief durch und legte sich zurück in das weiche Kissen. Ich hätte sie nur zu oft benutzt, als ich mit Aaron seine gefestigt habe. Ich sehe noch schnell nach Aaron und hole dir im Anschluss einen Stärkungstrank, seufzte Minerva streng und stand auf. Du bleibst liegen, Albus. Lass mich nicht zu lange in der Kälte warten, meine Schöne, schmunzelte er. Und nimm das bitte wenigstens ein bisschen ernst, fügte Minerva im Hinausgehen grimmig hinzu, bekam aber nur ein unschuldiges Ja-Ja zur Antwort. Sein Bett stand hinten unter der Dachschräge, und ihr Sohn schlief tief unter seinen Decken vergraben. Lediglich sein Haarschopf und das Ziegenkuscheltier, was er vor langer Zeit von Aberforth geschenkt bekommen hatte, lugten unter der Decke hervor. Einige Regale mit Büchern standen überall, Aaron war eine Leseratte und liebte es sich immerzu, neues Wissen anzueignen. Auf einem Schreibtisch unter dem Dachfenster waren ebenfalls Bücher ausgebreitet, und eine Schale mit Bertibots Bohnen stand auf dem Einband des obersten Buchs. Die wenigen Flecken Wand, die nicht zugestellt waren mit Regalen, waren bepinnt mit allen möglichen Sachen. Von Familienfotos, selbst gemalten Bildern und Bannern und Pins von den Montrose Magpies, einer Quidditch-Mannschaft. Es hatte sich damals sehr viel Überbindung gekostet, das Kinderzimmer von Aryas Sachen zu befreien, dieses und auch das im Schulleiterturm. Doch Aaron war nun einmal wieder ein Einzelkind und sollte sich auch nicht täglich daran erinnert fühlen, dass seine Schwester nicht mehr da war. Forks döste auf der Lehne des Fußendes und hatte seinen Kopf unter seinen Federn. Sanft lächelnd lehnte sie die Tür wieder an und holte aus dem Badezimmer einen Stärkungstrank, doch auch Albus war in einen tiefen Schlaf versunken, als sie an seine Seite zurückkehrte. Lächelnd stellte sie das Fläschchen auf seinen Nachtschrank, küsste ihn liebevoll auf die Schläfe und legte sich warm an seine Seite. Noch im Schlaf schmiegte er sich nah an Minerva und sie schloss nun ebenfalls müde ihre Augen. Es war viel geschehen und sie war so verdammt müde. Nox Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana Ich freue mich von dir. Ich freue mich von dir. Ich freue mich. Und wenn ich mich als die Möglichkeit habe, mir das so verabschiedet hat. Hier kann ich mich bei dir in die Kommentare geben. Dass du ja, was Sie anstiegst. Das ist so ein Wunsch.